Die Bissinger Unternehmensgruppe als nationaler und internationaler Anbieter für Systemlösungen bietet Full-Service-Konzepte aus einer Hand. Ein starkes und flächendeckendes Netzwerk deutschlandweit, drei Standorte sowie über 150 Mitarbeiter, machen Bissinger zu einem der führenden Anbieter im B2B-Bereich. Zeit für starke Lösungen. Globalisierung und Vernetzung haben großen Einfluss auf die Arbeitswelt. Alles beginnt mit einem modernen Arbeitsplatz. Bissinger bietet im Bereich Druck und Kopie herstellerunabhängige Konzepte inklusive Verbrauchsmaterial und Service vor Ort. Der Managed Print Service sorgt für Kostensenkung, Flexibilität und Prozessoptimierung. Ein zeitgemäßes Objektdesign unterstützt am modernen Arbeitsplatz die Prozesse, die ein erfolgreiches Arbeiten möglich machen. Bissinger plant für seine Kunden Büroeinrichtungen und schafft Identität, in der sich Mitarbeiter wohlfühlen. Dokumentenmanagementlösungen von Bissinger ebnen den Weg zum digitalen Büro. Alle Dokumente eines Unternehmens werden zentral archiviert und zur Verfügung gestellt. IT-Lösungen von Bissinger beflügeln die Digitalisierung im Unternehmen. Der Arbeitsplatz der Zukunft steht im Fokus mit passenden Systemen und Applikationen sowie Vernetzung der Arbeitswelten samt Cloud-Strategie. Moderne Konferenzlösungen von der Planung bis zur Inbetriebnahme sorgen im Unternehmen dank modernster Bild-, Audio- und Mediensteuerungssysteme für effizient ablaufende Meetings weltweit. Beratung und Service leistet Bissinger als Managed Service Provider und begleitet den Kunden durch den kompletten Lifecycle. Von der Konzeption über den Rollout bis hin zum Betrieb der implementierten Lösung vor Ort. Das 1969 gegründete Unternehmen ist heute jünger und erfolgreicher denn je. Mitarbeiterförderung und Ausbildung liegt der Bissinger Familie sozusagen in den Genen. Die hauseigene Berufsschule ist nur einer der Belege dafür. Dokumentenmanagement ist unsere Leidenschaft. Wir sind nicht nur bereit für die Zukunft, wir machen sie. Kundenorientierung gehört zu unserer DNA. Stabile Finanzen waren schon immer unsere Stärke. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Was vor 50 Jahren mit einer Vision begann, ist auch heute noch unsere Zukunft. Zeit für starke Lösungen. Bissinger Unternehmensgruppe. Bissinger Unternehmensgruppe. Bissinger Unternehmensgruppe. Bissinger Unternehmensgruppe. Bissinger Unternehmensgruppe. Bissinger Unternehmensgruppe. Bissinger Unternehmensgruppe.